Mein Name ist Joachim Noß, ich bin Geschäftsführer im Diakoniewerk Pilgerheim-Weltersbach in Leichlingen und ich verantworte die Arbeit von über 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Wir sind in der Altenpflege tätig, wir sind ein Dienstleistungsunternehmen. Der Mensch steht bei uns im Mittelpunkt. Ob er nun Bewohner ist oder Bewohnerin oder Mitarbeitende. Wir wünschen uns, dass unsere Bewohnerinnen und Bewohner hier an einem Ort sind, an dem sie gut aufgehoben sind, an dem sie gut gepflegt werden, gut betreut werden und wo sie selber sagen, ja, hier bin ich am richtigen Ort, auf meinem letzten Lebensweg. Und dass die Mitarbeitenden erfahren, wir haben einen verlässlichen Arbeitgeber, wir haben Sicherheit und wir können uns hier weiterentwickeln. Was war der